Ja, herzlich willkommen. Hier ist da wieder euer Danny. Ja, noch leicht mitgenommen von seiner Erkältung, aber ich begrüße euch hier zurück zum Part 3 von Metro 2033. Ja, ich muss mich erstmal herzlich bedanken bei euch hier für die Haufen Likes und Abos, die ich jetzt in geraumer Zeit bekommen habe. Ja, es freut mich sehr, 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 dass es euch hier gefällt. Ja, ein ganz großer Dank geht an unsere kleine Kiwi, die mich hier wunderbar vertreten hat, die Zeit. Ja, und die für euch hier weiter Let's Plays bringen wird. Ja, kommt drauf an, wann, weiß ich noch nicht, werde ich mit ihr abklären. Ja, ich gebe euch dann Bescheid, wenn ich genaueres weiß. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich erstmal nochmal ganz herzlich für die Abos und Likes. Ja, das zeigt mir immer wieder, dass ich es richtig mache. Ja, meine Lieben, hier zum Metro 2033, zum Part 3. Ja, wenn nicht alle Videos kommen, seid mal nicht böse, aber zur Zeit, ja, wegen der Krippe hat's mittel alles hinterhergehangen. Ja, wenn nicht klar, alle Ports kommen, aber seid mir nicht böse, aber die werden auf jeden Fall kommen. So, werden wir mal sehen, ja, mein nächstes Projekt, das ist das, was ich vielleicht nochmal ansprechen würde, ja, ich spiele Battlefield 4 online. Ja, wenn ihr vielleicht denkt, ja, ich habe einen Server oder ihr würdet mich mal gerne einladen, dass wir mal eine Runde zocken, ja, dann sagt mir einfach mal Bescheid. Ich hätte nichts dagegen, da würde ich auch ein Let's Play darüber machen und die Personen werden erwähnt. So, haben wir nur genug geredet, werden wir mal sehen, wo unser Ziel uns weiterführt. Was das Nächste ist, was uns hier beschäftigt. So, da oben liegt was. Nehmen wir das gleich noch mit hier. Und dann schauen wir mal, wo unser nächster Port ist. Ja, hier ist zum Beispiel alles zu, ich denke es mal nicht, dass wir hier weiterkommen. Werden wir ein kleiner mal ein bisschen Patrone nachfüllen, dass wir hier nicht in Sperenchen kommen. So, also hier geht es nicht weiter. Ja, noch einmal gemacht, gut. Ob ich jetzt hier rüberspringen kann, weiß ich nicht. Ich glaube es wohl eher weniger. Ich denke mal, wir müssen hier unten langlaufen. Ja, dann werden wir das jetzt mal tun und mal sehen, ob wir jetzt hier irgendwie weiterkommen. Hier ist Gift. Wir haben unsere Gasmaskehammer auf, wie man hört. Und wir werden jetzt mal sehen, wo es jetzt hier weitergeht. Ja, haben wir noch gleich die Pistole mitgenommen. Können wir vielleicht hier rein? Nee. Wo zum Teufel ist jetzt hier der Weg? Ich werde jetzt mal hier rüberspringen. Ja, gut. Das war keine gute Idee. Ja, heute ein kleines Special hier zu Metro 2033. Ja, zurück aus der Krankheit. Und wie gesagt, ich muss mich ja nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Ich kann es nicht genug sagen an die kleine Kiwi, die das wunderbar gemacht hat. Ja, es war ihre ersten Let's Plays. Also sie hatte davor noch keine gemacht und hatte sofort gesagt, ja, ich übernehme das. Und ich habe gesagt, okay, ich habe kein Problem damit. Und wie man sieht, hat sie es ja wunderbar gemacht. Und wie gesagt, zu DLP-TV ist er dabei. Hier unten ist eine Tür. Was scheint das jetzt bloß? Ja, und wie gesagt, sie wird für euch Let's Plays bringen. Zum Beispiel wie Sims 4, wo ich mich ja nun gar nicht dran traue. Muss ich ehrlich zugeben. Ich bin eher so der Ego-Shooter, der Simulator-Freund. Aber jetzt hier auf Familie machen. Naja, dafür gibt es unsere kleine Kiwi, die das für euch wunderbar machen wird. Ja, wir kommen ja nicht weiter. So. Jetzt liegen wir wieder hier in der Pampe. Ja, meine Lieben, wir werden heute mal ein bisschen über die Projekte erzählen. Also, wie gesagt, Outlast ist ja auch zur Zeit am Laufen. Ja, Daylight wird wahrscheinlich erstmal ruhen, weil ich komme da echt nicht voran damit zur Zeit. Ich werde mich auf andere Projekte erstmal wichtiger konzentrieren. Und ja, wie gesagt, Outlast lebt, Forest lebt. Ja, und wie gesagt, Metro 2033, wer es mal hier schon wunderbar sieht. Ist jetzt auch dabei. Und ja, und wie gesagt, ich möchte Battlefield 4 spielen mit euch. Am besten online. Ja, wenn ihr einen Server habt oder so, könnt ihr ja auch Bescheid sagen. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr mich einladen würdet oder so, dass wir mal eine Runde hier zocken können zusammen. Können wir mal so ein paar Parts aufnehmen, habe ich überhaupt kein Problem. Über Teamspeak und so kann man ja reden. Also, wie gesagt, wenn ihr dazu Lust habt, schreibt mal einfach eine PN oder einen Kommi und dann werden wir das mal einrichten. Ja. Und wo geht es nur jetzt hier lang? Jetzt haben wir nur wieder sechs Minuten verbracht und haben nicht mal den Weg gesehen. Ja, das Schießen hilft wohl wahrscheinlich auch nicht. Geht es hier hinten lang? Ne, geht es auch nicht. Das ist ja jetzt merkwürdig. Ja, und dann hört es noch, ich bin leicht verschnüpft, aber es ist wieder besser geworden als die letzte Zeit. Ich bin mir da fast sicher, ich muss hier rüber. Ob ich das nochmal probiere? Ne, es geht nicht. Das ist definitiv nicht der Weg. Schade, schade, schade. Ja, meine Lieben, dann machen wir das heute hier als Special. Ja, wie gesagt, über unsere ganzen Projekte. Die laufen. Und ja. Wie schön ihr das macht. Wie schön ihr meine Videos verfolgt. Es freut mich wunderschön. Das ist eine Bestätigung, dass ich es hoffentlich richtig mache. So. Ja, wie gesagt, Freunde, machen wir heute mal ein ganz kleines Special hier für den Anfang. Ja, heute wird wahrscheinlich noch The Battlefield 4 kommen. Ja, ein kleines Mini-Let's Play. Wäre ich mal ein bisschen online aufnehmen. Hätte ich mal richtig Bock dazu. Ja, der Outlast kommt heute auch noch. The Forest. Ja, und ich bin fast am überlegen, ob ich heute mal die kleine Kiwi anrufe. Ob wir ein kleines Special zusammen machen. Mal sehen. Würde mich mal so interessieren, dass ich dazu Lust hätte. Oder Zeit. Das ist ja heute auch noch die Frage. Heute ist Freitag. Und Zeit ist immer so begrenzt zum Freitag. Wisst ihr ja, ne? So, meine Lieben. Da würde ich jetzt erstmal sagen, war das jetzt hier der Part 3 ein bisschen Special heute, dass ich zurück bin. Und was mich vielleicht ein bisschen interessiert. Oder wo ich mich bedankt habe bei euch. Ja, da würde ich jetzt sagen, sehen wir uns in den nächsten Parts wieder. Wenn es heißt hier mit euren Danny zum Survival. Ja, oder was zum Schießen, zum Shooter. Ja, gut. Dann würde ich jetzt sagen, macht's gut. Bis in den nächsten Parts. Ich bedanke mich. Jullu.